ja hallo und herzlich willkommen zu einer runde waffenspiele mit julian da so irgendwie so und na klar der aus nether waffenspiele altes prinzip neue regeln wir töten einfach alles und es ist nicht die übliche reihenfolge wir haben zufall nein echt doch ja wir haben zufall und da gewinnt bei mir steht grad disco es gewinnt der laklas braucht lässt kurze weile warten laklas brauchte wieder ein ich glaube bis er da ist ja dann warten wir kurz ja dann warten wir kurz trotzdem noch mal kurz vorm sieg schneide ich raus nico bleibt stehen bei nico da kann nur mit dem messer ja ich warten kurz bis laklas da ist los war weg ich glaube ich habe fünf kills sind eines den dingen in reihe ja du hast ja mit der mit der tue passierte vorhin alle weggemacht ja wir haben vorhin noch eine runde gespielt oder mit dem raketenwerfer alter weißt du okay gut wir können los geht's auf geht's alter weißt du wo bei mir spring ist auf alt auf enter alter ich weiß aber nicht warum ich kann das nicht verändern irgendwie wenn ich das verändere dann geht das nicht hallo ich will mitmachen das ist die waffe ey ohne mist montan läuft's doch ja greif gar nicht damit auch alter ernsthaft ich will mitmachen laklas ich gebe dir nur drei hits oder sind wir verstirbt haben die der wixer der boah juli haben wir inkompetent fuck bist du eigentlich ich lauf dir hinterher ich lauf dir hinterher ich lauf dir hinterher aber er dreht sich nicht um digga ich halte die execution damit gehe ich nicht auf rangekampf ich hab oh der steht er hinter mir alter panikknifen nein alter wie er abgeht hey das hast du nur genommen juli deine mutter von hinten ok jetzt bin ich einmal gestorben erster tot bam junge gar nicht mehr darf grad gar nicht alter ja stopp nicht junge ich kann nicht nachladen ich kann nicht nachladen richtig eingeschenkt hat ja beim ja man komm raus und ich kann die waffe in der hand krieg kacklappen 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 grad läufts bei mir grad läufts bei mir kacklappen 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 alter der war kein stück getroffen der war kein stück getroffen der war kein stück getroffen von mir du standst zwei meter neben mir oder so der messert mich das habe ich selbst gesehen ich hab dich alter julian wo läufst du lang neins neins wollt ich knifen kacklappen executioner ist ja so mega kacke ich treffe nicht Ja man alter, fickt euch. Jedes mal wenn ich fighte kommt der andere von nichts bin. Ich hänge. Scheiße. Alter Julian, ey was machst du? Ist ja krank. Du tust mir ja weh. Oh, aua. Das ist ein verflussig, da geht es ab. Bamm Junge. Kann es sein, dass ich alleine im Team bin? Hä? Bitch. Wir sind alleine im Team. Wir haben keine Teams. Ich habe das Gefühl, er macht gleich den Weg. Verdammt. Damn, son. Schrotzen, Power. Power. Ah, da kam er von unten, hey. Also, äh, merkwürdig hört sich das an. Dir hört sich alles merkwürdig an. Scheiße. Oh nein. Er hat schon die 3er Burst Waffe, hey. Boah, la klasse, jetzt mach mal hin, hey. Müssen aufholen. What the fuck. What the fuck. Verreckt doch endlich. Alter, wie Julian abgeht. Der eine, der eine kämpft wieder. Ich kann überhaupt nicht treffen. Scheiße. Wie er kämpft, ey. Schlimm. Wer kämpft? La klasse, die kleine Nudel. Wo campt er denn? Ja, wo hier? Wo, wo, wo? Wo kleine Nudelchen halt campen. Bitch. Scheiße. Shotgun. Fuck. Weg mit dir, hey. Nachladen dauert so ewig. Alter, ich war auf dein Kopf zweimal drauf, Alter. Ach so, ich zweimal drauf war. Deine Mutter? Guter Ratten. Ich lauf so ganz friedlich entlang und fiuu. Na, hast du schon Schiss? Boah, scheiße. Du triffst damit nicht, Alter. Der hat doppelt so viele Kills wie wir. What? Ich hab dich getroffen! Geil! Der Ludor. Ludacris. Ich treff damit übertrieben, nicht? Puh! Wie er da hinten steht und hofft, dass da irgendwie jemanden trifft. Boah, Julian, ernsthaft? Nein, Mann! Ich hab voll gegurgelt, Alter, beim Sterben. Ich bin letzter, what the fuck? Ich muss immer nachladen, wenn grad einer kommt von der Plak. Boah, du hast noch kill gesteilt. Was bist du, Alter? Weil mir hat sich das komplett anders angehört. Sorry. Leck mich doch. Bude! Das läuft grad, läuft's nicht mehr so, ne? Nee, nicht mehr so. Ne, nicht mehr so. Ohhhh! 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 Hast du dich selbst getötet? Nee, ich hab dich getötet. Ja, ich weiß. Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Ah nee, ich hab doch ne gute Waffe. Und Stack! Und Messer! Ja. Das ist ungeil. Ah. Wir müssen den Messern. Ich sag, der muss mich messern und killt mich weg. Ja nicht stirbt. Deine Nigga. Nein! Nein! Demütigung. Da wollte ich dich messern. Nein! Hab ich voll durch getroffen. Äh, dann kommt doch mal ein Gegenwind, wenn ich grad bei den Waffen in der Hand krieg, ey. Wie besser. Alter, die Waffe, wie die abgeht. Ja, die hat's jetzt aber nicht mehr. Lol. Was war dat? Oh. Scheiße. Ich hab dich weggeballert. Ganz einfach. Alter, von wo hast du mich bitte weggeschossen? Nein! Nein! Das war der Headshot, glaub ich, oder? Ne, war's nicht. Doch! Ah. Noobkill. Eindeutig Noobkill. Da war der schon eh auch abgedrückt mit der Waffe, willst du denn? Jawohl, schön. Ne, in der Schulter. Alter, du bist so umgefallen wie so'n Baum. So. Na, ist Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.